Play Armored Warfare und heute zeige ich euch den LAB 600 dabei handelt es sich um diesen Panzer den wir hier schon mal kurz im hangar sehen wir schauen uns mal an wie ich den so fahren werde in diesem Video genauso wie ihr hier seht also alles ausgebaut bis auf hier die Retrofits aber die baue ich in der Regel eh nicht ein weil ich die einfach scheiße teuer finde die Details von dem Jagdpanzer das in den USA entwickelte Panzer Leichtfahrzeug wurde als Upgrade des LAB 300 konzipiert und bietet gegenüber seinem Vorgänger verbesserte Mobilität und herausragende Feuerkraft der von 1986 bis heute produzierte LAB 600 ist bei Regierungen in den ganzen Welt beliebt und wurde stand in Nordamerika und Südostasien in aktiven Dienst und wurde und wurde stand naja sollte man vielleicht noch mal an der Rechtschreibung bisschen arbeiten aber ansonsten egal 529 Schaden bei 408 Durchschlag 5500 Schaden pro Minute und die Trefferpunkte beziehungsweise die Panzerung nicht vorhanden im Prinzip also achtet da nicht drauf oder verlasst euch da nicht drauf dafür aber eine tolle Höchstgeschwindigkeit die sehen wir auch in dem Video hoffentlich Tarnung und so weiter alles am Start aber genug der blanken Worte lasst uns ins Spiel gehen und den Panzer live anschauen so da sind wir jetzt also auch im Gefecht und ich habe ja schon die eine oder andere Runde jetzt mit dem Panzer mal gedreht kann ich euch also aus dem heraus sagen er ist auf jeden Fall ein Panzer der nicht für die erste Reihe gedacht ist also der geht ja gnadenlos unter deswegen werde ich den von hinten versuchen bisschen zu snipen gefährliche Küste glaube ich ist die Karte und auch gerade weil man hier mit dem Reifen immer manövrieren muss ist es nicht so easy gerade wenn man das Auto das Auto den Panzer positionieren will da braucht er dann eben dementsprechend Fingerspitzengefühl und hier aber man sieht die Geschwindigkeit wahnsinnig also da haben wir ja schon fast ein Rennspiel 99 keine 100 und jetzt Bremse und hier hoch so und jetzt schauen wir mal wie gesagt zweite Reihe das ist auf jeden Fall der Wunsch so Obacht und zack ne auf dem Abrams werde ich so frontal nicht durchkommen Challenger zack auf dich komme ich so drauf bisher bin ich auch noch nicht aufgegangen ich bin schon wieder einer der ja vorderen Jungs aber ich will es auch irgendwie gefühlt immer so ja muss ich aufpassen muss ich echt aufpassen aber wenigstens sind wir hier sehr mobil mit dem Ding jetzt sei ernst abprallern abprallern so geschützt unterdrückung hatte ich aktiv ja schade einen wollte ich irgendwie noch rausbekommen Kettenschaden also von vorne ist natürlich immer sehr sehr schwierig das ganze das ist ja kein Geheimnis aber wie gesagt noch ist das Spiel in einer Phase wo ich sag ich hab noch Zeit die schweren Jungs dürften ruhig mal ein bisschen weiter vor ja so da ist die Kette mal weg so kommen wir jetzt gut drauf so Geschützunterdrückung ist wieder am Start jetzt da hinten ist noch einiges mal schauen wie es damit so funktioniert der andere dürfte ruhig wie wir noch mal rausschauen aber es schaut gerade gut für uns aus 10 6 ich werde mich jetzt nochmal versuchen ein bisschen umzustellen bin ja mobil das ist ja das Schöne an die Panzer dass man hier auch mal die Wege nehmen kann die ein bisschen weiter vielleicht sind so der ist weg auch der ist weg fucking laugh das hat ihm nicht gefallen bin ich da nicht gerade drauf gekommen so also das hat ihm wirklich nicht getaugt dass ich da ihn gerammt und weg gemacht habe aber das sind die schönsten Kills wenn sich der Gegner im Nachhinein aufregt dann weiß man man hat ziemlich viel richtig gemacht so und wir nutzen weiter die Mobilität aus so auch der hat gehittet wir haben uns ordentlich erwischt abgeprallt aber egal und so einer noch und dann war es das auch schon schöne runde hat glaube ich den LAW mal ordentlich zeigen können und weg ist er so dann schauen wir mal was oh da unten zugefügter Schaden ja das war doch eine schöne Runde da sieht man mal wieder was den Panzer ausmacht eben eine Agilität und sonstiges mit einer guten Kanone aber wie gesagt er ist sehr weich und hat keine starke Panzerung das heißt verlasst euch da nicht darauf was haben wir denn hier die Meisterschützen haben wir bekommen 3752 715 Spehschaden gemacht und ja eben der Challenger musste leiden und besonders lustig war der Stingray Kill glaube ich und dann von den XP auf Platz 3 im Schaden ebenfalls auf Platz 3 also unterm Strich glaube ich kann man sagen schöne Runde ich hoffe euch hat es gefallen und wenn ja lasst mir doch einen Daumen da bis zum nächsten Mal euer Eke